In diesem Video gibt es 8 Fakten über das menschliche Auge. Fakt Nummer 1. Neugeborene Babys sehen noch unscharf und erkennen alles nur in hell-dunkel Kontrasten. Vor allem aber kommen fast alle hellhäutigen Babys mit blauen Augen zur Welt. Die Nummer 2. Ein einjähriges Kind besitzt etwa 50% der Sehschärfe eines Erwachsenen. Es kann bis zum 12. Lebensjahr dauern, bis die Sehfähigkeit vollkommen ausgereift ist. Fakt Nummer 3. Hören, schmecken, riechen, tasten und sehen sind unsere Sinnesorgane. Doch sehen scheint das Wichtigste zu sein, denn 70% unserer Sinneszellen befinden sich in der Augennetzhaut. Die Nummer 4. Das Gewicht eines menschlichen Augapfels entspricht etwa dem von 50 Centstücken. Das sind ca. 7,5 Gramm. Fakt Nummer 5. Menschen blinzeln durchschnittlich 10.000 Mal am Tag. Ein Blinzeln dauert ca. 2 Fünftel einer Sekunde. Das sind genau 0,4 Sekunden. Die Nummer 6. Frauen können Farben besser unterscheiden. Männer sehen Kontraste und schnelle Bewegungen dafür besser. Die Nummer 7. Für die Beweglichkeit des Auges sorgen 6 Muskeln. 4 gerade und 2 schräge Muskelstränge. Die Nummer 8. Die äußeren Augenmuskeln sind die aktivsten Muskeln im menschlichen Körper. Wenn ihr euch mal in die Videos gefallen habt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dankeschön Leute und ciao.